Hallo, mein Name ist Tom Blasch hier. Herzlich Willkommen auf der German Comic Con München. Ich bin all around the globe trying to protect your souls. Wir sind die Heroes heute Nacht. Wir werden über den Himmel fliegen. Wir sind die Heroes heute Nacht. Wir sind die Heroes heute Nacht. Wie viel Zeit Leute tatsächlich wirklich investieren, um bis ins kleinste Detail Kostüme zu machen, selber zu machen. Heute habe ich mich selbst gesehen, in bester Perfektion, also Jaqen Hagar zum Beispiel. Sehr beeindruckend, das Kostüm war besser als mein Originalkostüm. Ja, ne, immer wieder toll. Ich bin all around the globe trying to protect your souls. We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We all fly, south farm We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight